Mein Name ist Peter Tschentscher. Ich bin der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Über unseren Hafen pflegen wir seit Jahrhunderten beste Beziehungen in aller Welt und besonders auch zu China. Wir haben deutsch-chinesische Hamburg-China-Gesellschaften und pflegen einen sehr guten Austausch mit unseren Partnern in Shanghai und an anderen Orten. Wir sind sehr betroffen von dem Coronavirus in China zu erfahren und wünschen allen Betroffenen alles Gute, vor allem baldige Genesung und wünschen denjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, viel Kraft bei ihrer wichtigen Arbeit. Wir stehen an der Seite unserer chinesischen Freunde und wünschen alles Gute.